hallo da sind wir wieder von klemmmau technik renate und andreas hallo ja wir haben euch heute mal was ganz neues mitgebracht und zwar ein ganz neues modell das ist vor kurzem erst rausgekommen es ist auch wieder von mull king und alles ist es etwas war das mit der augen 962 teile die nummer 18030 und das ist so ein rotes 8 x 8 fahrzeug den gibt es in rot und den gibt es auch in gelb wir haben ihn in rot genommen weil wir behalten ja nicht alle modelle wir bauen die auch wieder auseinander bauen aber was anderes von und gelb ist eben halt ja nicht so ganz angesagt ja das teil hat auch ein bisschen technik und zwar ganze elf motoren werden in diesem kleinen fahrzeug verbaut jede achse bekommt zwei motoren das heißt jedes rad bekommt ein motoren die motoren sind direkt hinter den rädern angeschlossen zumindest haben wir das mal so aus der anleitung heraus gesehen ein 6 port akku ist wieder mit dabei genau wie wir ihn beim letzten video hatten oder bei den letzten videos von dem track und was ich vielleicht noch mal erwähnen muss zu diesen akkus von mull king die meisten dieser modelle also vor allen dingen die mit den neueren akkus die kann man auch mit einer app steuer also man lehnt sich eine app runter und dann nimmt man das handy und dann ist das quasi die fernbedienung machen wir grundsätzlich nicht aus dem einfachen grund ich kann wenn ich mit einem modell fahre entweder nur aus handy stammen ich muss aber aus modell stammen wo es hinfährt also ein oder andere mag es für uns ist das nix wir benutzen die klassische fernbedienung da ist bei diesem modell das werden wir nachher im motoren test machen da werde ich noch was zu sagen auch eine besonderheit bei dem akku ja aber das machen wir wie gesagt nachher ja acht schmucke reifen sind mit dabei dann haben wir wie viele bauschritte haben wir überhaupt renate 10 meine ich das kann nicht sein haben wir uns hier nicht irgendwo so ein spitz zettel hingelegt da haben wir uns einen hingelegt 203 bauabschnitte und 293 bauschritte genau und 110 seiten hat die anleitung ja richtig ja dann würde ich sagen wir machen mal ein riesen stickerbogen den vergesse ich immer ganz gerne weil wir den eh nicht anbringen aber ich habe das mal so gesehen wenn man sich das fahrzeug mal so anguckt da sind die stecker ja verklebt also ich finde das gar nicht mal gar nicht mal so hässlich vielleicht machen wir das diesmal mal wir schlachten ihn und dann kannst du das wieder nicht abkriegen gut wir schauen mal wir werden uns das überlegen und dann wir werden sehen gut wir bereiten alles vor für einen motoren test und dann sehen wir uns gleich wieder bis gleich so da sind wir wieder ja wir haben erstmal den tischmischen freigemacht wir wollen jetzt ja einen motoren test machen und da haben wir in der anleitung auch eine anleitung gefunden wie man die motoren testen soll neu für uns ist oder was heißt neu für uns ist anders ist dass die beiden vorderen motoren ein längeres kabel haben was ich ob man das erkennen kann 50 zentimeter kabel damit hat man sich ganz einfach die verlängerung gespart finde ich eine sehr gute idee der erste servo vorne hat auch ein 50 zentimeter verlängerungskabel also da braucht man auch kein verlängerungsstück einsetzen das ist immer gut weil verlängerung ist immer scheiße ist bei allen sachen so ja wir werden den test so wie er hier steht nicht machen wir werden dazu erstmal wieder unseren test akku nehmen das habe ich schon mal hingelegt test akku und unsere fernbedienung das machen wir eigentlich grundsätzlich was wir auch nicht machen werden renade hat schon mal die motoren kiste vorbereitet und wir nehmen mal den akku raus das ist dieser sechs port akku genauso wie wir beim dump track hatten da kann man eben halt sechs anstatt vier anschlüsse anbringen der unterschied von diesen zu dem normalen motorken akku ist den normalen motorken akku kann ich mit einer taste bzw mit zwei tasten koppeln so dass port a b und c oder nur a und b aufeinander laufen wenn ich das möchte diesen akku kann ich leider nur zwei ports miteinander koppeln und da haben wir das problem da er acht fahrmotoren bekommt muss ich mit vier motoren auf port a und mit vier motoren auf port b das halte ich für keine gute idee warum nicht renate überlastet richtig da werden wir aus einem elektrofahrzeug echten verbrenner machen die machen wenn ich so ein blödsinn also wir belasten die ports mit maximal drei akkus entschuldigung mit drei steckern das heißt da wir jetzt ja nun acht fahrmotoren haben zwei servomotoren haben und dann haben wir hier noch irgendwo alles auspacken schon mal ein nennen richtig ein motor der ist nachher für eine winde in das fahrzeug kriegt auch eine kleine winde ja was wir machen wir jetzt mit dem akku der ist für uns relativ unbrauchbar was würdest du sagen wir nehmen uns einfach zwei von unseren normalen akkus und dann verteilen wir das auf je akku zweimal a zweimal b dann haben wir die acht fahrmotoren untergebracht dann werden wir unsere fernbedienung hier koppeln das heißt hier kommt eine zweite fernbedienung ran auf die klassische modkin fernbedienung jetzt eine zur hand hätten die habe ich nicht zeige ich aber im laufe des videos auf jeden fall und dann werden die miteinander gekoppelt so dass ich dann oder ein moment ist nicht ganz richtig ich werde das noch anders machen ich werde das so machen ich werde die linke von den beiden fernbedienungen so zeigen die werden dann so miteinander gekoppelt und ich werde auf die linke werde ich auf a b und c werden wir jeweils drei setzen auf den einen dann zwei das passt und dann werden wir nur mit der linken fernbedienung fahren und mit der rechten werden wir lenken und die winde bedienen das ist der plan gut wir wollten ein motoren test machen genau da hat schon ein bisschen das ausgepackt und dann würde ich sagen den akku tun wir mal zur seite und schließen mal die motoren an zuerst die großen xl motoren nochmal den unterschied zwischen den längen der kabel ja kurze und 50 zentimeter kabel was eigentlich nicht so allgemein ist so wo man darauf achten muss dass die alle schön zusammen gesteckt sind fest hier unten auf liegen dann ist man auch auf der sicheren seite die habe ich jetzt auf port a gesetzt die drei motoren und damit das etwas schneller geht setze ich die anderen drei xl motoren auf port b und zwei auf c und zwei setzen wir noch auf c genau und dann haben wir würde ich sagen dem akku erstmal genug eingetan mit der ganzen klemmerei na da nimmt sich mal die fernbedienung die richtige schalte mal den akku an und das wissen wir nicht mehr welche welche sind fahr ganz einfach mal ich würde die erst mal anschalten ja genau laufen links herum so soll das sein jetzt schalten wir die anderen die laufen rechts herum stopp mal das liegt ganz einfach daran dass ich hier auf der fernbedienung die laufrichtung der motoren ändern kann kann also alle vier bewegungen die die fernbedienung macht kann ich umschalten von links auf rechts wir lassen sie eigentlich grundsätzlich erst mal auf links stehen das liegt jetzt daran dass das unsere test fernbedienung ist und dass wir damit eben halt öfter mal hin und her schalten die beiden laufen auch die laufen links herum wunderbar gut testen wir jetzt noch mal unsere ja und dann klein genau den klemm ich mal auf a und kannst du auch einmal fahren wunderbar läuft auch das ist der für die winde und jetzt testen wir einmal unsere servo motoren bei den servo motoren bevor wir die testen ist das ganz wichtig dass man sich die einmal anschaut das kreuz muss ausgerichtet sein das muss mittig sein da kann man sich hat mir hier so ein kleines hilfsmittel gemacht damit ich sehen kann ob die motoren wirklich in mittelstellung stehen der steht jetzt ein bisschen von mir aus gesehen nach rechts renate fertig jetzt einfach mal ein paar mal hin und her und dann sehen wir schon das wird besser gut wunderbar funktioniert machen wir das mit dem anderen auch noch mal wunderbar gut das heißt unsere motoren sind alle in ordnung dann können wir auch anfangen zu klemmen und wir packen unsere tüten aus da ist noch etwas was ich vergessen hätte die räder das ist bei fast allen modellen so die man aus china bekommt die räder sehen in der regel so aus das heißt der reifen ist nur ganz lose hier rauf gelegt und so kommen die an das ist nichts schlimm ist das problem ist nur wenn die in so einen karton gestopft werden fracht aus china ist teuer deshalb wird platzsparend gepackt nehmt die räder raus als erstes setzt sie vernünftig auf die felge denn manchmal sind die gummys und klein bisschen verzogen und wenn man sie dann gleich von anfang an rauf setzt dann hat man oder die räder haben dann genügend zeit wieder in form zu kommen und die werden erst zum schluss montiert bis dahin haben die sich wieder richtig schön der felge angepasst genug geschnattert wir packen mal ein paar tüten aus und fangen an zu klemmen bis gleich bis gleich